Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. Und damit herzlich willkommen zurück zu Agatha Christie Mord im Orient Express. So ist es auch, Doktor. Wir waren schon einmal ihr. Allerdings hätten wir ohne sie niemals das wahre Ende der Geschichte entdeckt. Meine Freunde, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind alle bereits mit dem Dessert fertig. Sie haben jeden Grund zu denken, dass die Lösung von Monsieur Ratcheds Mordfall ein Buch mit sieben Siegeln ist. Doch da lügen sie falsch. Und auch ich, Poirot, muss zugewöhn, dass ich falsch lag. Dieses Buch hat noch ein letztes Kapitel. Was zur Hölle? Was meint er damit? Wenn wir uns ein wenig beruhigen, kann uns Monsieur Poirot vielleicht aufklären. Die meisten erwarten von einer Zugfahrt wohl eine geradlinige Reise von Bahnhof zu Bahnhof. Aber dieser Zug ist schon lange entgleist. Was ursprünglich eine komfortable und erholsame Reise werden sollte, hat sich in eine große Herausforderung für meine kleinen grauen Zellen verwandelt. Ich bitte Sie vielmals um Verzeihung. Es wird wahrscheinlich schmerzhaft für Sie, aber ich muss Sie über die seltsame Wendung aufklären, die die Ermittlungen im Mordfall Ratched genommen haben. Wie Sie vielleicht noch wissen, hatte ich zwei Hypothesen. Erstens, ein Fremder stieg in Winkow-Zieh in den Zug, tötete Ratched und verließ den Zug ungesinn bei der ersten Gelegenheit. Zweitens, es gab zwölf Geschworene, die Ratched für den Mord und die Entführung von Daisy Armstrong zum Tode verurteilten. Mein Freund der Bug entschied sich, der Polizei die erste Geschichte zu erzählen. Allerdings entdeckte Dr. Konstantin ihr eine 13. Stichwunde, was diese Lösung unalltbar macht. Außerdem stellten die Worte eines Zeugen die Chronologie der Mordnacht in Frage, auf der die ersten zwei Lösungen aufbauen. Ermittlerin Lok. Wer hat Ratched und Monsieur Vardy umgebracht? Die Aussage, welchen Zeugen hat den Ablauf der Mordnacht in Zweifel gezogen? Ich würde jetzt mal behaupten, Pierre Michel, das ist doch der... Ich gucke nochmal schnell... Nee, da ist... Da ist John. Äh... Ich würde aber trotzdem sagen, dass er das ist. Michelle gab zu, während der Mordnacht mehrmals abwesend gewesen zu sein. Was einen hypothetischen 13. Mörder. Mehrere Gelegenheiten gab, sich in Ratched's Abteil zu schleichen, bevor die anderen Geschworenen sich ans Werk machten. Wollen Sie damit sagen, dass Ratched... Als wir... Ja. Sie haben einen Mann hingerichtet, der bereits tot war. Doch es gab in dieser Nacht noch andere Verdächtige. Andere Verdächtige? Wer könnte das sein? Sie stehen vor ihm. Monsieur Fauché, Mr. Maury und Miss Nielsen. Keines ihrer Alibis für die Mordnacht ist wasserdicht. Monsieur Forreau? Die meisten von Ihnen wissen es noch nicht, doch es gab einen zweiten Mord. In Venedig. Mein Gott! Ein zweiter Mord? Das Opfer war ein Mann namens Aziz Ouadil. Ein Genfer Bankier, der auf Ratched's Gehaltsliste stand. Seine Aufgabe war es, das Lösegeld aus der Armstrong-Entführung zu verwalteln. Ratched brauchte Geld und vereinbarte daher ein Treffen mit Monsieur Wadi in Venedig. Eine dieser drei Personen wusste über dieses Geld Bescheid. Also, jeder von Ihnen hat zwar ein Alibi, aber wenn eines der Alibis gelogen war, dann hatte diese Person Zeit, Monsieur Wadi zu ermorden. Monsieur Fauché, Mademoiselle Nietzsche und Monsieur Maury. Einer von Ihnen hat Ratched und Monsieur Wadi ermordet. Soll das ein schlechter Scherz sein? Ich schenke unseren Gästen ein Drink sein. Ich ermorde sie nicht. Das ist Blödsinn! Sie beschuldigen also mich? Nur wegen meiner Messer. Aber weshalb sollte einer meiner Angestellten Ratched getötet haben? Erklärt Daisys Tod das Motiv des 13. Mörders? Ich würde jetzt eigentlich sagen, nein, weil es ging ja darum, dass... Ich weiß ja, wer war dieser Typ nochmal, der so zerkratzt da auf dem Foto war? Der hatte irgendeinen Namen gesagt. Ben oder sowas? Ähm, aber bis ich da jetzt herausgefunden habe, wer dieser Kerl gewesen sein könnte, habe ich jetzt sämtliche Unterlagen durchgeschaut. Und das würde jetzt wahrscheinlich 10 Minuten dauern, obwohl ich sehr, sehr viel notiert habe tatsächlich nebenbei. Also ich habe ja etliche kleine Zettel liegen. Ähm, ich tippe jetzt mal auf nein. Das Motiv für den Mord an Ratched war zwar Rache, aber nicht für Daisys Tod. Das Motiv für den Mord an Aziz Wadi muss auch Rache gewesen sein. Mr. Wadi half Ratched. Ratched hatte bei der Entführung einen Komplizen namens Noah. Gemeinsam haben sie Daisy entführt. Ratched bewahrte das Lösegeld in einer Schweizer Bank auf, die ihre Kunden streng anonym hielt. Er zwang Monsieur Wadi, auf sein Geld aufzupassern. Nachdem etwas Zeit vergangen war, wiegte sich Ratched in Sicherheit und ließ sich von Monsieur Wadi Geld bringen, wann immer er welches brauchte. Die Seriennummern der Banknoten waren zwar immer noch in den Akten vermerkt, aber niemand suchte mehr aktiv nach ihnen. Exaktement. In seinem Schließfach versteckte Ratched aber nicht nur das Lösegeld, sondern noch etwas viel Schlimmeres. Wir fanden noch etwas viel Schlimmeres als das Lösegeld für Daisy in diesem Schließfach. Während ihrer Ermittlungen fand Mademoiselle Locke Beweisstücke, die Ratched als sogenannten Trophäenmörder entlarven. Er sammelte Souvenirs von seinen Verbrechen. Wir fanden diese Trophäen in seinem Schließfach. Und weitere in einer Üte, die Ratched in den Berkshire Mountains nutzte. Darunter das Plüschtier der kleinen Daisy. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diesem Monster den Kopf abgetrennt. Verbinde zwei Gegenstände miteinander, die gemeinsam das Motiv für den Mord an Ratched erklären. Also das hier, ja. Ich denke mal, Gelbbündel, ne? Muss das denn? Achso, das muss nicht oben und unten sein, ne? Sonst würde ich sagen, die Diamanten. Ach, du kannst mich. To my best friend, hat aber nichts mit dem Typen zu tun, nehme ich mal an. Valentin. Valentin. Ja, aber der Typ heißt ja Noah. Lederarmband. Ich weiß nicht, was das ist. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Das Armband, das wir in Ratcheds Schließfach gefunden haben, war auf einem Foto von Noas Angeleck zu sehen. Offensichtlich hat Ratched Noah getötet. Und daher kann ich Ihnen auch mit absoluter Sicherheit sagen, wer Monsieur Ratched und Monsieur Wadi umgebracht hat. Nein, ich habe es gewusst. Woher soll ich das denn wissen? Keine Ahnung. Er ist am unauffälligsten bisher. Ich meine aber, dass er... Ich meine, die wirken alle nicht direkt wie ein Mörder. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher wegen dem Messer. Es kann aber natürlich wirklich sein, dass das stimmt, dass man das Messer gestohlen hat. Sie guckte immer so verdächtig, aber... Boah. Irgendwas war doch mit den Alibis da, oder? Moment. Die haben aber alle irgendwie so cool darauf reagiert, als ich gesagt habe, hier, dein Alibi, das stimmt ja gar nicht. Hm. Jean Fouche. Das ist doch der hier, ne? Der war angeblich bei seiner Schwester. Champagner. Ja gut, das Problem ist halt... Ja gut, andererseits muss man dazu sagen, würde man die Erlaubnis einholen und sich dadurch eventuell verdächtig machen, rauszugehen? Oder würde man eher so hinter dem Rücken von demjenigen rausgehen? Ich meine, es kann natürlich sein, dass es extra offensichtlich gemacht hat. Aber es wäre, finde ich, eigentlich unlogisch, dass er dann extra noch hingeht und nachfragt. Also ich höre jetzt erstmal auf mein Bauchgefühl, keine Ahnung. Achso, ich muss die doch gar nicht beschuldigen. Ach, sagt mir das doch einer. Mademoiselle Nielsen trägt das gleiche Armband, das wir auch in Rätschitzschließfach in Genf gefunden haben. Eine Trophäe von einem seiner Opfer. Nur. Nur weil mein Armband ähnlich aussieht, beweist das noch lange nichts. Das mag zwar stimmen, doch. Auf dem Armband befindet sich eine Inschrift. Sie haben recht, Monsieur Poirot. Das Armband ähnelt meinem eigenen. Aber ich habe keine Ahnung, was diese Zeichen bedeuten. Ich fand's einfach nur hübsch. Das sind nicht nur irgendwelche Zeichen, Mademoiselle. Das sind besondere Armbänder. Man nennt sie auch Morse-Kot-Armbänder, weil... Nun ja, weil diese Zeichen einen Morse-Kot darstellen. Zum Glück lernte ich als junger Mann Morse-Kot zu entziffern, während ich meinen Dienst in der belgischen Armee leistete. Nein! Ah! Ja, wo beginne ich denn hier? Moment. Hier ab dem Verschluss, oder? Kurz, kurz, lang, kurz. Kurz, kurz, lang, kurz. Kurz, kurz, lang, kurz. Ähm, kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz. Freya müsste da draufstehen, oder? Wage ich jetzt mal zu behaupten. Heißt die Freya? Kurz und dann kurz, dreimal lang. Ähm, kurz, kurz, dreimal lang. Und ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass da ein A rauskommen müsste. Also kurz, lang. Ja, genau. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Auf dem Armband, das wir in Rätschitz Schließfach gefunden haben, steht der Name Freya in Morse-Kot. Ihr Vorname. Es gehörte Ihrem Vater Noah. Noah Nielsen. Also, hören wir doch mit diesem Spielchen auf. Mademoiselle, was steht auf Ihrem Armband? Noah? Nein. Der Code bedeutet Vater. Ratchet, dieser verdammte Bastard, hat das Armband meines Vaters als, als Trophäe behalten. Merci. Ich muss sagen, dass Ihr Timing für den Mord an Ratchet perfekt war. Ich werde nun meine Ausführungen fortsetzen, wenn es Sie nicht stört. Tut das noch was zur Sache? Beweihräuchern Sie sich ruhig weiter. Ich könnte mir Schöneres vorstellen, Mademoiselle Nielsen. Diese Angelegenheit bereitet mir keine Freude. Sie mischten das Betäubungsmittel in Regids Dessert, um sicherzugehen, dass er bewusstlos sein würde, wenn Sie sein Abteil betritten. Sie stahlen ein Messer von Monsieur Maury, damit der Verdacht auf ihn fühle, falls es als Mordwaffe identifiziert werden würde. Sie wussten, dass Pierre-Michel bei jedem alten Zug zum Rauchhöln verlassen würde. Also warteten Sie in Winkovzi so lange, bis er auf dem Bahnsteig stand, um dann vorsichtig in die erste Klasse zu Regids Abteil zu schlöcheln. Sie öffneten das Abteil mit dem Generalschlüssel, der allen Mitarbeitern in den Personalunterkünften zugänglich war. Um Mitternach erstachen Sie Regid. Aber das Messer, wo ist es? Vermutlich wurde es aus Regids Fenster geworfen, bevor der Zug den Badhof verließ. Mit einer gründlichen Suche nach der Schneeschmelze sollte es auffindbar sein. Mein schönes Messer. Dann kehrten Sie vorsichtig in die Personalunterkünfte zurück, legten den Generalschlüssel weg und nahmen das Bokerspiel wieder auf. Et voilà. Die Sache war letztendlich doch nicht so komplex. Doch der Fall wirkte komplizierter, als er eigentlich war. Nun ja? Wegen uns. Exaktement. Wegen der Zwölf Geschworenen, die ihren wesentlich komplizierteren Plan buchstäblich im Dunkeln durchführten, ohne zu bemerken, dass der Mann bereits tot war. Ich kann hier natürlich nur für mich selbst sprechen. Aber ich denke, Sie hätten sich uns gerne anschließen dürfen. Miss Nielsen, Sie haben also Ratchet getötet, weil er Ihren Vater ermordet hat. Ihr Motiv ist somit klar. Aber warum haben Sie auch Aziz Wadi ermordet? Wegen Aziz musste mein Vater sterben. Mein Vater wusste, dass Aziz als einziger Zugang zu Ratcheds Schließfach hatte. Deshalb hat er Aziz dazu überredet, Geld aus dem Schließfach zu stehlen. Aber aus Angst vor Ratchet hat Aziz meinen Vater verraten, den bei Ratchet verpfiffen. Aus diesem Grund hat Ratchet meinen Vater ermordet. Aziz war genauso schuld an seinem Tod wie Ratchet. Ratchet war tatsächlich der Abschaum der Menschheit. Doch, Monsieur Wadi, wenn Sie seine Geschichte gekannt hätten... Mein Vater ist tot wegen ihm. Ich werde mich nicht auf eine Diskussion mit Ihnen einlassen, Mademoiselle Nielsen. Er hat nichts getan, was seinen Tod rechtfertigen würde. Ich sehe keinerlei mildernde Umstände, die es Ihnen erlauben würden, dem Gesetz zu entgehen. Sobald wir am Gare de Lyon in Paris eintreffen, werden Sie verhaftet? Sie wollen wohl Richter und Henker zugleich spielen, Poirot. Und niemand hinterfragt das. Eine nette Vorstellung. Aber eine Sache haben Sie nicht berücksichtigt. Ich weiß, was Sie alle hier getan haben. Sie hat recht. Sie können uns alle hinter Gitter bringen. Immer mit der Ruhe. Hector, richtig? Ihr Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Und ich gehe nicht ins Gefängnis. Auf Wiedersehen, Poirot. Genießen Sie Ihren Sieg. Halt! Ich hab's gewusst. Nein, Freya! Springen Sie nicht! Sie werden sterben! Ich habe meine Wahl getroffen. Soll doch das Schicksal entscheiden! Nein! Sie ist aus dem Zug gesprungen. Sogar wenn sie ins Wasser gesprungen sein sollte. Bei der Höhe hat sie wohl kaum überlebt. Und dann ist da noch dieser Tunnel. Wie auch immer. Sie ist weg, Poirot. Wie auch immer. Ich kann immer nach. Ich kann nicht fassen, was passiert ist. 13 Menschen, die Rache an einem einzigen Mann nahmen. Dieser Fall ist so spektakulär, dass er schon fast als Kriminalroman durchgehen könnte. Er wäre bestimmt ein Bestseller. Dieser Fall wird sich wohl als einer der wichtigsten meiner Karriere herausstellen. Ich bereue nur, dass ich Ratchet nicht zur Rechenschaft ziehen konnte. Aber jetzt kann ich dieses Kapitel meines Lebens endlich abschließen. Ihre Artnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht. Sie können stolz auf sich sein. Wir werden bald in Paris ankommen. Entschuldigen Sie mich bitte, Herr Mittlerin Locke. Ich habe vor unserer Ankunft noch ein paar Details mit Monsieur Bouk zu besprechen. Ich will sie nicht aufhalten. Ja. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Freya die Mörderin war. Sie war immer ehrlich. Sie hat mich mal beim Poker geschummelt. Oh, sie hat immer zu viel Zucker verwendet. Und denn? Ihre Desserts waren göttlich. Im Gegensatz zu Ihren Taten. Da sind Sie ja, mon ami. Bouk, ich habe eine Bitte an Sie. Was auch immer Sie wollen. Wenn wir in Paris ankommen, würden Sie dann an meiner Stelle mit der Polizei sprechen? Ich möchte mich lieber im Hintergrund halten. Aber warum? Bouk, meine erste Lösung war falsch. Das ist doch Unsinn. Je mysteriöser der Fall wurde, desto brillanter wurden Sie. Ich bitte Sie. Na schön. Wenn Sie darauf bestehen... Ich möchte den Ehren an dieser Stelle noch für die ausgezeichnete Verköstigung danken. La Cuisine. Selbst unter schwierigen Umständen haben Sie den guten Ruf des Orient Express noch übertroffen. Das stimmt. Es wäre schön, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen, Monsieur Poirot. Ich verspreche Ihnen, dass nicht alle unsere Reisen so ereignisreich verlaufen. Prinzessin Dragomirov möchte Sie sprechen, Monsieur Poirot. Es ist wichtig, Sie wartet in Ihrem Abteil. Oh lala, wenn eine Prinzessin mich zu sich ruft, wie kann ich da ablehnen? Ja, wie kann ich da ablehnen? Aber ich weiß gar nicht mehr, wo sie genau drin ist, ehrlich gesagt. Ähm, die, ne? Zimmer 107. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Hm. Kann man mit denen noch reden? Nö. Oder? Ah, Mademoiselle de Benelm und Käpt'in Arbitnort. Erlauben Sie mir, Ihnen zu Ihrer zukünftigen Hochzeit zu gratulieren. Ich hoffe, Sie sind nicht zu enttäuscht, dass Sie nicht eingeladen sind. Archie, bitte. Dank Monsieur Poirot gibt es doch überhaupt erst eine Hochzeit. Wie du meinst, Liebling. Tut mir leid, Kamerad. Und danke für alles, was Sie für uns getan haben. Einschließlich der Sache mit meiner Fahrkarte. Stimmt, da war ja noch was ganz am Anfang, womit das Ganze quasi angefangen hatte. Okay, Moment, Moment. Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal hier rein. Schade. Hätte ja klappen können. Na gut. Gut, dass ich da reingeguckt habe. Dadurch habe ich den dann auch noch gefunden. Ja. Aber leider haben wir trotzdem erst 14. Können wir mit dir sprechen? Graf André, wie geht es dir, Grafin? Schon viel besser, jetzt, wo alles vorbei ist. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Poirot. Und ich Sie? Da wäre noch etwas, was Sie über meine Frau wissen sollten. Warum ich so überfürsorglich bin. Sie ist schwanger. Sie sind wirklich ein guter Detektiv. Dr. Konstantinö hat es mir gesagt. Sie hat es ihm anvertraut, als er sie behandelt hat. Wenn es ein Mädchen wird, nennen wir es Daisy. Wenn es ein Junge wird... Hercule? Nein, ich glaube eher, Rudolf. Familientradition, müssen Sie wissen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Glück und Segen. Danke. Das war zwar jetzt auch von mir nur ein Schuss ins Blaue, aber ich habe mir schon gedacht, naja, wenn er das schon so sagt, was Sie noch wissen müssen, dann wird die wahrscheinlich schwanger sein. Achso, 202 ist meins. 107 war das, ne? Ich gucke jetzt trotzdem hier nochmal rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier noch was finden, auch nicht beim Rausgehen jetzt, weil hier ja keine Ecke mehr ist, wo was liegen könnte, denke ich mal. Äh, 107 hier. Oha, die ganze Brigade ist hier. Was geht denn jetzt ab? Meine Tochter, meine gute Freundin und ich wollten noch einmal mit Ihnen sprechen. Ich spreche im Namen der gesamten Familie Armstrong und unserer Freunde. Sie haben Mitgefühl bewiesen. Wir kennen Ihren Ruf und wir wissen, dass diese Entscheidung nicht einfach für Sie war. Deshalb sind wir Ihnen umso dankbar. Danke, Monsieur Poirot. Glückwunsch, meine Liebe. Du hast tatsächlich das Wort Danke über die Lippen gebracht, obwohl wir seinetwegen einiges durchmachen mussten. Sie haben uns allen ein wenig Seelenfrieden gegeben. Sie sollten wissen, dass ich nichts bereue. Wenn diese Freya Nilsen sich nicht eingemischt hätte, hätte ich es wieder getan. Ich habe irgendwo geirrt, dass die Stalinistin sie fürchtete. Und jetzt weiß ich warum. Mein Geburtsland bringt gewiss nicht wenige Rippel und Tyrannen hervor. Doch auch einige der größten Intellektuellen und Künstler, die die Welt je gekannt hat. Ich hoffe, dass wir eines Tages wieder dafür bekannt sein werden. Diese Hoffnung teile ich, Prinzessin. Und jetzt, wo die wahre Mörderin dieses Mannes enttarnt wurde, sind wir nicht mehr schuldig. Zumindest nicht besonders schuldig. Habe ich recht? Fordern Sie das Schicksal nicht heraus, Prinzessin. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe noch einige Sachen zu packen. Ja, ja. Soll er wirklich packen? Oder soll ich hier noch irgendwo hingehen? Nee, pack deine Koffer. Okay. Werde ich wohl auch mit niemandem mehr sprechen können dann. Ich dachte, vielleicht kann ich noch mit irgendjemandem reden, der jetzt hier bei sich im Dings ist. In der Kabine oder so. Jetzt muss ich ja auch noch die Koffer packen. Ernsthaft? Oder macht er das? Obwohl die Ermittlungen jetzt abgeschlossen sind, habe ich immer noch meine Zweifel. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, was die selbsternannten zwölf Geschworenen angeht? Ist immer so eine Frage, ne? Aber ich persönlich, ich habe mich ja im Endeffekt, naja, schon entschieden. Ich weiß nicht, konnte ich mich da entscheiden? Oder war das jetzt vom Spiel selber? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich sage mal, ja, auch wenn das vielleicht teilweise ein bisschen komische Gestalten waren, aber ich kann es absolut nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Und ja. Ui, ich habe das Richtige getan. Und was Mademoiselle Nielsen angeht, was hätte ich getan, wenn sie nicht entkommen wäre? Hätte ich sie dann festnehmen lassen? Ja, definitiv. Relativ, weil sie hat das ja eigentlich... Na gut, sie haben es alle irgendwo kaltblütig gemacht. Richter berücksichtigen bei ihrem Urteil meist das Motiv hinter einer Tat. Aber du bist kein Richter, Poirot. Deine Aufgabe ist es, die Tatsachen herauszufinden. Und genau das hast du auch getan. Der Fall ist gelöst. Und ein Neuer wartet schon auf dich. Das ist der Grund, warum du mit diesem zugefallen bist. Es ist Zeit. Zeit, sich der Zukunft zu widmen. Das ist der Grund, warum du mit diesem zugefallen bist. Sollte ich mich noch mal verabschieden? Ich hoffe, sie beehren uns bald wieder, Monsieur Poirot. Na ja, nach allem, was ich erlebt habe. Doch, aber gerade genau deswegen, denke ich mir mal, werde... Ach, da hinten sind nochmal die anderen. Guck, bevor ich jetzt mit ihm rede und wahrscheinlich abschließe, gucke ich nochmal kurz. Mit denen kann ich nicht mehr reden, oder? Weil die stehen hier alle so... Doch, mit ihr kann ich nicht mehr reden. Hilfe, haben Sie etwas verloren? Oh, Monsieur Poirot, Sie haben schon so viel getan. Was haben Sie denn verloren? Meine Freunde, wir reisen nach Polen, um uns dort um Kinder zu kümmern. Wir wollten uns am Informationsstand treffen. Aber woher bekomme ich die Information, wo sich der Informationsstand befindet? Ich meine zu wissen, dass es gleich am Eingang des Hauptterminals einen Informationsstand gibt. Oh, danke, Monsieur. Sie sind wahrlich ein großer Detektiv. Und Sie, Mademoiselle, sind eine gute Seele. Ja, doch, das glaube ich auch. Sleeping Car? Ich werde diesen Zug vermissen. Ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil das so mit einem lachenden und weinenden Auge hier gerade zu Ende geht. Poirot, sagen Sie, haben Sie vielleicht einen Sets Haust aussehenden kleinen Mann in einem grünen Trenchcoat gesehen? Das muss ich verneinen. Wieso? Er ist mein nächster Fall. Ein neuer Fall? Das ging ja schnell. Auch ein Detektiv muss sich seinen Lebensunterhalt verdienen. Verstehen Sie? Ui, ich denke, ich habe ein bisschen Ahnung von dem Geschäft. Er wird das Betrugsverdächtigt. Er ist auf dem Weg nach Osten. Aber nicht mit dem Orient Express. Sie möchten mich nicht zufällig begleiten, oder? Da springt sicher ein hübsches Sümmchen raus. Vielen Dank, aber ich glaube, ich habe fürs Erste genug von zu können. Okay, wie Sie meinen. Kann ich irgendwo verstehen. Mit denen hatte ich ja schon gesprochen. Monsieur Poirot, Mr. McQueen hier kennt einen Anwalt in den Berkshires, der einen Gentleman wie mich gut gebrauchen könnte. Er ist ein Brite von der alten Schule. Die Uhr scheint für ihn im Jahr 1934 stehen geblieben zu sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Laufbahn, Monsieur Masterman. Und was haben Sie vor, Monsieur McQueen? Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und mein Jurastudium wieder aufnehmen. Wir können den Zug nach St. Pancreas nehmen und dann die Piccadilly-Linie nach Heathrow. Von dort aus können wir dann einen Flug buchen. Wir sind quasi bereit zum Abheben. Ich wünsche Ihnen bei den Bon Champs. Ach, jetzt steht er hier unten. Er stand doch eben noch da oben. Ja, das ist praktisch. Dann kann ich ja mit denen nochmal sprechen. Mit dem Arzt auch. Entscheinen nicht. Oder ich spreche da mit allen. Ich bin mir nicht sicher. Ach, boah. Auftrag erfolgreich ausgeführt, würde ich sagen. Ich habe der Polizei gesagt, dass Freya Nielsen Rätschen ermordet hat, aber leider entkommen konnte. Jetzt stellen Sie einen internationalen Affbefehl gegen sie aus. An der Stelle, an der sie aus dem Zug sprang, fließt ein Kanal entlang der Gleise. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlebt hat, ist wohl sehr gering. Die Polizei ist mit ihrer Befragung der Passagiere und der Besatzung bereits fertig. Also können Sie gehen. Ich habe Ihnen die Ergebnisse meiner vorläufigen Autopsie gegeben und Sie haben den Bericht von den venezianischen Behörden erhalten. Als ich ging, strebten Sie sich gerade über Zuständigkeitsbereiche. Merci beaucoup, Doktor. Sie waren mir eine unschätzbare Hilfe. Ein faszinierender Fall. Ich freue mich, Ihnen geholfen zu haben. Monsieur Porrault, unsere Wege trennen sich hier. Es war mir eine große Ehre und ein Vergnügen, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Gleichfalls, Ermittlerin Locke. Ohne Ihr durchaltervermögen und Ihr unermüdliches Engagement für die Wahrheitsfindung, hätten wir diesen Fall nie lösen können. Und Sie haben sich in Genf als talentierte Urstaplerin bewiesen. Sie aber auch. Danke für alles. Ich werde Sie nie vergessen. Und ich werde unsere Zusammenarbeit immer in Ihren Alten. Gut, das war's. Ich habe Hunger. Gehen wir zum Restaurant Waggon Rouge. Dort soll es exzellente Lampkeulen geben. Aber, mon ami, es ist doch erst 17.34 Uhr. Sie denken wirklich immer nur ans Essen. Ich lade Sie ein. Sie haben sich ein Festmahl verdient. Ich warne Sie. Diesmal finde ich kein Geheimrezept für Sie heraus. Wow. Sie machen doch ein Mousse au Chocolat, das so cremig ist. Das ist einfach eine Geheimzutat geben muss. Das letzte Rezept kam von einer Mörderin. Aber es war sublime. Ja, Endstation, alle aussteigen. Schließe Kapitel 13 ab. Das war jetzt die letzte Errungenschaft, die wir noch erhalten haben. Und das war das Spiel Agatha Christie, Mord im Orient Express. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich bin hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge rausgegangen. Natürlich mit einem lachenden, weil mir das Spiel unheimlich viel Spaß gemacht hat. Es gab ein, zwei Situationen, wo ich gedacht habe, wie soll man dieses Rätsel eigentlich knacken? An das erste Rätsel, ach so, das erste Rätsel, das war ja das, wo sogar, also wo ich es richtig gedacht hatte, eigentlich. Und das sogar so in der Lösung drin gestanden hatte. Das aber nicht so, wie ich es gedacht hatte, ohne dass da drin stand, gedreht werden sollte. Mit diesem Zimmer von der Schwangeren, damit man die besser einordnen kann. Ja, und das zweite Rätsel, wo ich wirklich dran geknabbert habe, das war die Sache mit dem, mit diesem Eiffelturm, sage ich mal, mit diesem Gebilde da, diesen komischen Turm, den man drehen musste. Eiffelturm war es natürlich nicht. Das hat mich echt bekloppt gemacht, weil ich gedacht hatte, dass das genau so abgezeichnet wurde von mir, wie es tatsächlich war. Und es war nicht wirklich hundertprozentig so. Deswegen, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir das Spiel wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt auch nicht zu lange darüber reden. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel gefunden habt. Ob ihr auf die Lösung gekommen wärt. Aber seid bitte ehrlich, weil es gab schon den einen oder anderen Knackpunkt, wo ich gedacht habe, das war jetzt doch ein bisschen schwieriger. Und ja, wie ihr die ganze Story überhaupt gefunden habt. Ich fand das richtig, richtig gut. Gut, ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, demnächst in Anführungszeichen wieder einen Teil von Agathe Christi spielen zu können. Ich habe noch einen älteren Teil, wobei ich nicht weiß, wie der jetzt gemacht ist, weil der hier war wirklich so toll. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt kaputt machen will mit einem älteren Teil oder ob die genauso spannend sind. Das kann natürlich auch sein. Der wird nicht sofort kommen, aber ich denke mal, den werde ich auf jeden Fall auch in naher Zukunft dann noch mit aufnehmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen auch das weinende Auge, weil ich schon gerne noch weitergemacht hätte. Aber gut, irgendwann ist man natürlich auch froh, wenn man das Spiel dann beendet hat und dann kommt dieses Glücksgefühl und man geht dann mit einem etwas weinenden Auge zum nächsten Let's Play über. Ich muss mal schauen, was ich da mache. Eventuell werde ich nochmal ein Horror-Let's Play machen. Eventuell wird es auch was anderes. Die Schlümpfe habe ich auch noch auf der Liste stehen. Also ich habe sehr, sehr viel aktuell noch auf der Liste stehen, was ich gerne machen würde. Deswegen seid gespannt. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt von der Story her und so weiter. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao. Ja, ich muss was machen. Ich habe den Controller schon weggelegt. Es wird hoffentlich eine Vorausschau auf ein neues Abenteuer. Ich bin gespannt. Mein lieber Poirot, ich hatte leider keine Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden, als wir uns das letzte Mal sahen. Ich dachte, ich hätte den besten Detektiv der Welt überlistet. Aber sie haben mich erwischt. Trotzdem hatte ich meine Rache. Ich bin sogar an ein wenig Geld aus Wadis Tasche gekommen, bevor sie mir in Venedig dazwischen kamen. Es wird ausreichen, um mich irgendwo in einem ruhigen kleinen Städtchen niederzulassen, wo ich Delikatessen für ausgewählte Kunden kreieren werde. Sie werden nie wieder von mir hören. Und Bug wird auch an keines meiner Rezepte mehr kommen. Oh, und eine letzte Sache noch. Ratchet und Wadi haben bekommen, was sie verdient haben. Rache ist ein Dessert, das am besten kalt serviert wird. Liebe Grüße, F. Ich glaube, Sie sind viel zu selbstsicher, Mademoiselle. Sie schicken mir Hinweise, denen niemand folgen kann. Bon, niemand bis auf. Mua, Hercule Poirot. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.